Na, das war doch nicht schlecht. Ach komm. Nehmen wir. Nehmen wir das hin. Was für ein Förderband nehmen wir, es ist egal. So, und jetzt? Jetzt kommt's. Was ist das? Das ist voll, das ist so furchtbar. Was wird da eingelagert? Ja, genau. So, wir müssen... Wo ist Gummi? Gummi kommt... Das ist ja gut. Gummi kommt von hier... Und wird jetzt erst mal... Ne, komm, wir lassen was Gummi, wie es ist. Wir nehmen hier nur... Wie, nicht genügend Freiraum. Habe ich da zwei hingemacht, warte mal. Gut, dankeschön. Ähm... Was, da müsst ihr jetzt ein paar Gummi hier rüberkommen, oder? Ja, ist ja falsch. Warte. Fusionator. Ich möchte einen Splitter. Was? Nein. Ja. Ja. Hallo? Es klappt doch irgendwie immer. Ich weiß nicht... Aha. Oh. Na, das war... Ja. Gut. Und ich würde sagen... Wir schnappen uns, damit das ein bisschen vorangeht, einfach mal... Ein bisschen... Äh... Hallo? Zeugs? So. Wir gehen jetzt einfach mal auf das Fünferförderband, hm? Was hältst du davon? Okay. Drei. E. Zack. Ja, da ist ein Spieler im Weg, das ist richtig. So. So. Jetzt schauen wir doch einfach mal, wo wir überhaupt hinwollen. Da. Ich meine, warum soll es denn schön sein? Ah, geht doch. So. Ah, ja, viel besser. Fump. Dann schnappen wir uns noch Strom von irgendwo her. Wir nehmen das da. Und dann machen wir uns hier erst mal... Hm, so einen. Ja, das müsste so gehen. Ähm, drei. E. Schauen wir mal. Jetzt schon fünf. Das geht schnell. So. Kühlkörper zehn pro Minute. Das scheint zu reichen. Das scheint zu reichen. So, und jetzt schauen wir nochmal schnell nach. Also erstmal, ma'am. Petro, guck's, jetzt könnten wir es wieder verwenden, aber das machen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht. Aber das, verdünner Treibstoff, den machen wir im Mixer. Damit können wir nämlich irgendwie eine brutale... Totale. Okay. Was wir jetzt nicht mehr haben, ist natürlich... Die Festplatte. So. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, was wollten wir die haben? X. Und dann kommt... Warte mal. Kon... Ne. Funk. Steuerungseinheit. Und da gibt's diese hier. Und das Ding da machen wir aus... Rotze. Na ja, gut. Aber, das muss es dann sein. Gut. Machen wir aber woanders. Da machen wir... Machen wir irgendwo nochmal Kupfer auf. Machen wir da nur das Zeugs. Das kriegen wir von hier. Was bräuchten wir da für Kartere und Kupfer? Ja, hier ist kein Kupfer und so. Ne. Also, wir fahren jetzt erstmal nochmal... Wir haben jetzt diese Produktion hierhin gebaut. Und produzieren damit auch ein bisschen das Gummi. Dann habe ich eine tolle Idee. Die ist mies, die Idee. Aber... Warte. Das geht da raus. Da rein. So. Eins, zwei, drei. Das sind... Warte mal. Eins. Äh, Moment. Eins, zwei, drei. Das reicht. So. Gut. Dann machen wir... Acht. Aha. Und auf die andere Seite. Oder? Ja. Okay, auf die andere Seite dann. Acht. Was? Ne, Moment. Okay, da läuft was falsch, oder? Jo. Das war's schon mal nicht. Das muss... Moment. Aha. Quatsch. Ach, egal. Und dann hier. Das müsste klappen, oder? Ja. Ja. Ich bin doof. Es muss natürlich sein... Nein. Jetzt haben wir jetzt ganz im Ernst, ne? Wie blöd kann der NHN-Mensch sein? So, so. Das klappt. Dann machen wir das weg. Gehen wir auf die Seite. Nehmen es gerade nochmal mit. Und machen... Also ganz im Ernst, ne? So die Basics dann plötzlich nicht mehr. Na, aber das funktioniert so. Schauen wir mal. Jetzt, ja. Ja. Natürlich langsam, aber es fließt. Und es fließt jetzt hier. Au. Nochmal. Jetzt darf der endlich wieder loslegen. Ist zwar Quatsch. Vor allen Dingen in der Menge. Weil das ist reines Baumaterial. Das brauchen wir nicht. So. Okay. Wir haben einfach gemerkt, das hat immer funktioniert, ne? Was macht der? Der darf ruhig. da haben wir ja keinerlei Druck. Und da. Ja, gut. Ein bisschen langsamer. Das macht nichts. Wie sieht es hier aus. Der macht trotzdem noch. Jo, das reicht. So, na komm, wir können jetzt heim. So, ma'am. Was war das noch mal schnell? Ich weiß es nicht. Was wird da produziert? Und... So, das ist schon das da. Ja, genau. Können wir eigentlich weglassen. Aber egal. So, schauen wir doch mal. So, jetzt sag nicht, dass wir hier das Problem haben. Klar, haben wir. Klar, jetzt läuft es ja wieder. Ich bin ja doof. So, okay. Warte mal, können wir... Ach, egal. Komm, das sollte reichen. Jetzt schauen wir mal, wo hier der nächste zukommt. Nochmal schnell schauen. Was machen wir mit Gummi? Gummi. Ja, 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 ja. Das ist einmal terrorisch. Ja, das sehr flexibel ist und eine große Reibung aufweist. Ja, das ist super. So, dann... Ähm... Was war das mit? Steu. Der braucht kein Gummi. Die braucht keinen Gummi. Für was brauche ich Gummi? Motor. Motor. Gummi. Ach, dafür brauche ich halt diese Drecksdinger. Was will der? Nitrogen, Wasser, Gummi und die Kühlkörper. Und dafür will der wie viel? Egal. So. Komm her, Zug. Da ist er. Der, mit dem ich kam. Und wieder nach Hause. Oh, danach kann ich aber auch fast nicht mehr, ne? Boah, jetzt habe ich ja doch noch mal eine ganze, ganze drei Stunden gemacht mit neun Folgen. Ich habe ja das Factory bis zum Abwinken, ne? Ja, fahr nach Hause. Komm. Weißt du, da habe ich heute frei, ne? Was tue ich? Ich streame. Sechs Stunden, ne? Was ich jetzt hoffe, ist, dass der Sound okay ist. Ich mache mal ganz kurz was ganz Schlimmes. Moment. Moment. Ich glaube, es ist okay. So. Ja, ich darf mich davon jetzt nicht so abholen lassen. Die Turbomotoren, ne, die werden nicht im Mixer gemacht. Im Mixer werden diese anderen Dinge gemacht. Weil ich klicken, ja. Wir machen jetzt mal nochmal eine Festplatte, die Ma'am. Dann muss es das für heute gewesen sein, so spannend es auch war. Und wir haben ja viel erreicht. Strom haben wir immer noch genug, hoffe ich. Ich gucke gleich mal. Guck mal hier, was hier Platz ist. Da könnte man so Tripodulation machen. Mal gucken, kommt Plastik oder kommt kein Plastik. Ja, es kommt Plastik gut. Das Gummi ist immer noch nicht ganz. Sollen wir vielleicht mal... So blöd es ist. So. Okay. Nicht, dass es irgendwann total staut. So. Zack. Noch schnell zur Ma'am und dann sind wir fertig für heute. Boah, neun Folgen. Wirst ja doof. Aber wir haben echt sehr viel erlebt. Das war toll. Wir haben ja fürs nächste Mal noch eine Sache. Dass wir die Plastikproduktion erneuern. Ah, warte mal. Das wollten wir ja auch noch machen. 100. Das heißt also, wir brauchen 800 von den Dingern. 800 und die werden im Mixer gemacht. Das heißt also, da gibt es nur Produktion und die Dinge. Die will ich auch nicht. So. Braucht er beides? Ne, der braucht ansonsten nur Sachen, die wir haben. Gummi haben wir in rauen Mengen. 400 Motoren ist auch kein Problem. Die Steuerstangen werden wir machen. Genau. Turbomotoren. Dann können wir das da machen, was ich eh nicht will. Aber egal, komm. Zack, schnell zur Ma'am. Ma'am. Und wo haben wir noch eine Festplatte? Ja. Zack. Ja, das lohnt sich. Gut. Dann würde ich sagen. Das haben wir doch ganz gut hingekriegt. Und die Zonen müssen wir auch noch basteln. Merke ich gerade. Und Signalisatoren. Haben wir alles für Signalisatoren? Da brauchen wir so Low-Level-Material. Das ist so schlimm. 14, komm. 14 Signalisatoren. Und für was brauchen wir nochmal diese schweren Rahmen? Diese verschweißten. Was machen wir denn damit? Brauchen wir die überhaupt? Hä? Was machen wir? Für was brauchen wir? Warte mal. Meiner MK3 wäre interessant. Und dafür brauchen wir sie nicht. Für den Mixer? Für den MK3-Miner? Ja. Dafür. Nur dafür? Kann das sein? Nein. Nein. Das könnten wir sowieso sofort schon machen. Aber damit kommt das andere, ne? Transport. Nein. Nein. Überhaupt nicht. Egal. So. Wir haben's. Danke fürs Zuschauen. Ich speichere und sage, macht's auf jeden Fall gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.